Vielen Dank, Katja, für die Nominierung. Ich nominiere in diesem Sinne meinen Bruder Lukas-Wolf-Pauelsen, meinen Chef René Ralf-Bohling und den Veranstalter oder den Chef vom Uwe-Club Bostock, Thomas Spieker. Ihr habt 24 Stunden Zeit für die Eis-Challenge. Viel Spaß. Du darfst. Das wird so scheiße kalt. Wie er sich freut. Ich rauf. Ich rauf. Es wird so scheiße kalt. Ich rauf. 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 Echte Pannen bei der Vorbereitung, aber du machst das echt schön, ich bin begeistert.